Du bist ein guter Tänzer. Werde ich nicht bald als Ansager arbeiten? Sie werden in der Abenddämmerung verbunden. Danke dir immer. Danke dir immer. Das Klavier funktioniert. Das Klavier funktioniert. Ich weiß nicht viele Dinge. Ich weiß nicht viele Dinge. Ich bin noch nie Ski gefahren. Ich bin noch nie Ski gefahren. Wir werden nicht für 10 Jahre planen. Wir werden nicht für 10 Jahre planen. Er hat seine Schlüssel zu Hause vergessen. Er hat seine Schlüssel zu Hause vergessen. Ich war so oft das Ergebnis konzentriert. Ich war so oft das Ergebnis konzentriert. Kann er ihn nicht nachts ins Gefängnis stecken? Kann er ihn nicht nachts ins Gefängnis stecken? Er beschloss, mit dem Rauchen aufzuhören. Er beschloss, mit dem Rauchen aufzuhören. Wir haben eine Comedy-Show gesehen. Wir haben eine Comedy-Show gesehen. Der Brief wurde auf Englisch verfasst. Der Brief wurde auf Englisch verfasst. Lassen Sie mich bitte zwei davon nehmen. Lassen Sie mich bitte zwei davon nehmen. Unsere Großmutter war Dienstmädchen. Unsere Großmutter war Dienstmädchen. Im Morgengrauen geht es weiter. Im Morgengrauen geht es weiter. Darauf kann man sich jeden Monat verlassen. Darauf kann man sich jeden Monat verlassen. Mittags war er kein Filmemacher. Mittags war er kein Filmemacher. Beamter kann man nie werden. Beamter kann man nie werden. Kommt er nicht in der Abenddämmerung dazu? Kommt er nicht in der Abenddämmerung dazu? Ich habe einen Grund für mich gefunden. Ich habe einen Grund für mich gefunden. Dankeschön. Dankeschön. Sein Auto steht draußen. Sein Auto steht draußen. Das Design der neuen Website war professionell und benutzerfreundlich. Das Design der neuen Website war professionell und benutzerfreundlich. Sie können sich jedes Jahr küssen. Sie können sich jedes Jahr küssen. Er macht eine Pause von seiner Arbeit. Er macht eine Pause von seiner Arbeit. Kann ich mich nach vier Jahren nicht mehr hinsetzen? Kann ich mich nach vier Jahren nicht mehr hinsetzen? Sein Freund war Dramatiker. Sein Freund war Dramatiker. Magst du es an den Strand zu gehen? Magst du es an den Strand zu gehen? Ich gehe ins Fitnessstudio. Ich gehe ins Fitnessstudio. Nach einem Jahr ist es nicht fokussiert. Nach einem Jahr ist es nicht fokussiert. Kann ich zu den Wänden gehen? Kann ich zu den Wänden gehen? Ich liebe die Dekorationen. Ich liebe die Dekorationen. Sein Kollege ist der Schulleiter. Sein Kollege ist der Schulleiter. Ich war zweimal in London. Ich war zweimal in London. Sam ist bei Isabel. Sam ist bei Isabel. Ist sich der Situation bewusst? Ist sich der Situation bewusst? Manchmal halten sie nicht. Manchmal halten sie nicht. Fülle dieses Formular aus. Fülle dieses Formular aus. Ihr Enkel war ein Spion. Ihr Enkel war ein Spion. Am Wochenende geht er an den Strand. Am Wochenende geht er an den Strand. Bin ich geheilt? Bin ich geheilt? Was empfehlen sie? Was empfehlen sie? Was empfehlen sie? Wir essen um 13.00 Uhr zum Mittag. Wir essen um 13.00 Uhr zum Mittag. Die Daten zeigen einen klaren Trend. Die Daten zeigen einen klaren Trend. Er geht oft ins Fitnessstudio. Er geht oft ins Fitnessstudio. Ich hoffe, du hast einen tollen Tag. Toiletten befinden sich am Ende des Flurs. Toiletten befinden sich am Ende des Flurs. John ist größer als Mark. John ist größer als Mark. Faszinierend. Faszinierend. Werden sie nicht mittags gewählt? Werden sie nicht mittags gewählt? Wir bewundern seine Entschlossenheit. Wir bewundern seine Entschlossenheit. Könnte es dann passen? Könnte es dann passen? Wo finde ich den Pastastand? Wo finde ich den Pastastand? Wir hinterlassen einen bleibenden Eindruck. Wir hinterlassen einen bleibenden Eindruck. Ich nehme die Penne Arabiata. Ich nehme die Penne Arabiata. Kann nicht immer testen. Kann nicht immer testen. Ihr Physiotherapeut wird sie durch ihre Übungen führen. Ihr Physiotherapeut wird sie durch ihre Übungen führen. Sein Bruder ist Ingenieur. Sein Bruder ist Ingenieur. Waren ihre Verwandten Designer? Waren ihre Verwandten Designer? Das ist zu viel. Das ist zu viel. Wir können uns jetzt erinnern. Wir können uns jetzt erinnern. Wird er später als Klempner arbeiten? Wird er später als Klempner arbeiten? Nein. Es tut mir leid. Ich verstehe es nicht. Nein. Es tut mir leid. Ich verstehe es nicht. Ich gehe ins Fitnessstudio, um Sport zu treiben. Ich gehe ins Fitnessstudio, um Sport zu treiben. Wo finde ich die nächste Bushaltestelle? Wo finde ich die nächste Bushaltestelle? Ich kann nicht glauben, dass du das gesagt hast. Ich kann nicht glauben, dass du das gesagt hast. Das ist mein Lehrer. Das ist mein Lehrer. Ich Ich Brauchen wir ein paar Leute? Brauchen wir ein paar Leute? Es liegt an ihnen. Es liegt an ihnen. Es könnte Gift sein. Es könnte Gift sein. Ich muss am Freitag für einen Rechtschreibtest lernen. Ich muss am Freitag für einen Rechtschreibtest lernen. Haartrockner funktioniert nicht. Haartrockner funktioniert nicht. Sie sollten es nicht bald einnehmen. Sie sollten es nicht bald einnehmen. Er hat vergessen, seine Hausaufgaben mitzubringen. Er hat vergessen, seine Hausaufgaben mitzubringen. Es sollte nach einem Tag begrenzt sein. Es sollte nach einem Tag begrenzt sein. Sie können zwei Wochen im Voraus zurücktreten. Sie können zwei Wochen im Voraus zurücktreten. Wie hoch ist die Flughafengebühr? Wie hoch ist die Flughafengebühr? War sein Bruder ein Lehrling? War sein Bruder ein Lehrling? Möchten sie eine vegetarische Option? Möchten sie eine vegetarische Option? War sein Nachbar ein Tuchmacher? War sein Nachbar ein Tuchmacher? Es geht dich nichts an. Es geht dich nichts an. Dann kannst du es einbinden. Dann kannst du es einbinden. Ich werde die berühmteste Person der Welt sein. Ich werde die berühmteste Person der Welt sein. War das nicht geklärt? War das nicht geklärt? Wir müssen die Pflanzen gießen. Wir müssen die Pflanzen gießen. Ich wurde um 16 Uhr geboren. Ich wurde um 16 Uhr geboren. Du triffst den Nagel auf den Kopf. Du triffst den Nagel auf den Kopf. Ich werde hart arbeiten. Ich werde hart arbeiten. Er bereitete das Abendessen für uns vor. Er bereitete das Abendessen für uns vor. Es ist Zeit fürs Bett. Es ist Zeit fürs Bett. Müssen sie Gegenstände deklarieren? Müssen sie Gegenstände deklarieren? Er spricht in der Öffentlichkeit sehr laut. Er spricht in der Öffentlichkeit sehr laut. Er spricht in der Öffentlichkeit sehr laut. Danke schön. uter? willst machen?